Köppinghausen, ja, hier ist Köppinghausen, das wollen wir sehen. Heute ist der, was ist das, 19. Oktober 2012, einfach vergessen. Der hat sich an Walden gebaut, aus Immergrün, der steht ganz frei, er macht Staunpferd in Köppingen. Ja. Ja. Hier Agrarindustrie, so sieht das aus. Sonst wäre es dann auch deutsches. Ja.